Hallo zusammen, hier Tim aus der Perspektive Online Redaktion. Wir melden uns mit einem großen Dankeschön an alle unsere Leserinnen und Leser, denn mit eurer Unterstützung konnten wir heute das Neurelease unserer Website online stellen. Anderthalb Jahre nachdem unser Medienportal Perspektive Online gestartet ist, gibt es jetzt ein komplett neues Layout auf der Website perspektive-online.net. Im oberen Bereich findet ihr die Kategorien zu den wichtigsten Themen und natürlich die verschiedenen Artikelarten, darunter die letzten sechs Nachrichten. Jeden Tag findet ihr Nachrichten dort 9.30 Uhr, 13.30 Uhr und 17.30 Uhr. Darunter eine Videosparte. Ab jetzt wollen wir regelmäßig Video-Interviews für euch dort online stellen. Ihr findet bereits ein erstes hochgeladen. Darunter die Kategorien, für jeden und jede etwas dabei. Und zuletzt natürlich nicht zu vergessen die Buttons, womit wir euch aufrufen, euch bei Perspektive zu beteiligen und mitzumachen. Sei es als finanzieller Unterstützer, als Mitglied im Verein für politische Bildung und unabhängigen Journalismus, wo wir auf jeden Fall auch weiterhin monatliche Zahlerinnen und Zahler brauchen können. Sei es, indem ihr selber mitschreibt bei Perspektive, weil ihr einen coolen Artikel habt, weil ihr selber wichtige Sachen auch von eurer Arbeitsstelle, aus eurer Nachbarschaft zu berichten habt. Oder sei es durch die Verteilung von unserer Printausgabe von Perspektive. Also nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Leserinnen und Leser, alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir hoffen, das neue Layout gefällt euch. Lasst doch ein paar Kritiken und Kommentare in den Kommentarspalten da. Bis dahin.